herzlich willkommen zu unserer serie das klassische tarot legesystem in dieser serie beschäftigen wir uns ja mit einem buch das hajo banzer in den frühen 90ern späten 80ern des letzten jahrhunderts herausgegeben hat das geheimnis der hohe priesterinnen der hohe weitere arten die karten zu legen und wir haben schon einige der lege methoden die darin enthalten sind vorgestellt schau dir dazu einfach die playlist an die wir dafür erstellt haben und heute möchte ich euch ein weiteres system aus diesem deck vorstellen aus diesem buch vorstellen und zwar habe ich dazu auch schon einen blog artikel geschrieben der blog artikel befindet sich auf unserem blog www tarot wissen punkt de und heißt das planetenspiel kartenauslage mit astrologischen bezügen und ihr könnt euch schon denken das ist dann jetzt darum geht auch astrologie und tarot in dieser legung zusammenzubringen hajo banzer war ja nicht nur tarot experte sondern auch ein engagierter astrologe hat viele artikel geschrieben in denen er beide disziplinen miteinander verbunden hat ja und das planetenspiel das gehört dazu zu dieser verbindung von tarot und astrologie es ist ein bisschen anspruchsvoller dieses system deswegen macht es wohl durchaus auch sinn dass du dir noch mal den artikel den ich geschrieben habe dazu durchliest da ich sehr ausführlich darauf ein wie was dort angewandt wird heute nur eine kleine grobe vorstellung des systems hier online und dennoch auch wenn du nicht mit astrologie sehr viel zu tun hast als kartenleger oder kartenlegerin dann kann dir dieses system besonders gut dabei helfen astrologie besser zu verstehen denn du arbeitest mit bildern des tarot um deine astrologischen themen zu beleuchten und wir schlagen das jetzt einfach mal auf wenn ich mich recht entsinne ist das system auf seite 39 genau hier haben wir es und das planetenspiel hat schon einmal das ist dann für die anfänger vielleicht auch etwas schwierig ziemlich viele karten aber es ist jetzt keine auslage die dazu dient mal schnell eine frage zu beantworten sondern tatsächlich dich selbst in einer bestimmten situation näher zu beleuchten oder du kannst natürlich auch dein geburtshoroskop mit dieser legung ja näher dir erschließen wenn du das möchtest aufgebaut ist das legesystem wie der vitrianische mensch von leonardo da vinci und man kann schon erkennen dass die verschiedenen positionen angeordnet sind wie ein mensch der arme und beine ausgebreitet hat und hier natürlich auch noch der kopf zu sehen ist wir haben die rechte seite die mit planetenkräften bestückt ist die er als extravertierte angesehen werden und wir haben die linke seite die dann mit planeten bestückt ist die er als introvertierte werte angesehen werden jedenfalls aus der gesicht von hajo bands have und dann haben wir die mittellinie die stark mit der außen wirkung zu tun hat und die einzelnen positionen sind schnell erklärt wir haben die position 1 das ist unser ascendent dann haben wir die position 2 das ist die sonne dann haben wir die position 3 das ist merkur position 4 ist der mond position 5 hier unten ist der jupiter position 6 jetzt muss ich einmal das buch umdrehen ist der saturn position position 7 ist der mars position 8 ist uranus position 9 ist die venus position ist neptun position 10 ist neptun ja und position 11 ist pluto also wir reisen hier eigentlich einmal kringelnd durch die gegend und ich muss gestehen dass ich gleich noch mal das buch zu hilfe nehmen muss wenn wir wenn wir wenn ich jetzt gleich die karten ziehe weil ich mir das glaube ich nicht alles perfekt gemerkt habe aber ich glaube es ist einfach angeordnet dass man wirklich wie die planeten angeordnet sind laut des sonnensystems einmal hier so lang reist ja hier auf der seite seht ihr übrigens das partnerspiel das ist ein das wir auch schon vorgestellt haben in der reihe des klassischen legesystems schaut schaut euch das doch einfach nochmal an so aber nun genug der vorrede also dieses spiel eignet sich besonders gut dazu sich selbst zu erfahren du kannst natürlich aber auch die karten legen um über die position von jemand anderem etwas zu erfahren ich persönlich nutze dieses system auch sehr gerne wenn es darum geht mich mit gewissen symptomen des unwohlseins zu beschäftigen da kann ich dann sehr schön sehen welche planeten eher nicht so gut aussehen an welchem planet nicht arbeiten kann die ja alle immer prinzipien innerhalb meiner selbst darstellen um mich besser zu fühlen da geht das so ein bisschen in richtung chakralegung die ich auch noch mal irgendwann vorstellen werde und in diesem falle jetzt werde ich einfach mal an eine person denken den namen jetzt heute nicht erwähnen möchte das ist eine reale person und ich werde für jeden planeten eine karte ziehen und wenn du keine astrologischen ja keine astrologische vorbildung hast dann ist es vielleicht ein bisschen schwierig die einzelnen planeten dann den unterschiedlichen themenbereichen zuzuordnen dazu empfehle ich dir bitte auch noch mal auf meinen blog zu gehen weil da ist es wirklich sehr genau aufgegliedert da habe ich alle positionen genannt wenn du dich damit nicht auskennst wenn du dich damit auskennst wenn du weißt wofür die einzelnen planeten stehen dann musst du dich da auch gar nicht strikt dran reihalten sondern kannst das benutzen dass du als richtig hältst für deine für deine schlüsselworte für die einzelnen planeten und das bringt mich noch dazu ich werde oft gefragt was kann ich denn einsteigern in die astrologie als buch empfehlen es gibt unglaublich viele bücher auch im blog findest du eine literaturliste zur astrologie verlinke ich auch noch mal und gleichzeitig würde ich sagen die schlüsselworte von hajo banzhaf sind für tarot einsteiger wirklich gut geeignet gerade für astrologie einsteiger wirklich gut geeignet gerade wenn man sich auch viel mit tarot beschäftigt weil da sehr schöne schlüsselworte einfach genannt werden zu den einzelnen planeten häusern aspekten die man auch gut mit tarot in verbindung bringen kann also das wäre jetzt so mein einsteiger tipp für heute ja ich habe inzwischen die karten gemischt ich nehme heute zur abwechslung mal wieder das mystische tarot von der kathrin weltstein und werde nun einfach mal auslegen und wie üblich ist es so dass die karten leider sehr groß sind das irgendwann mal miniatur karten anfertigen lassen deswegen werde ich das hier im kleinen rahmen machen und die karten dann einzeln beleuchten aber du zu hause du kannst das natürlich viel besser im größeren rahmen tun du siehst du lege ich sie hier einmal so im kreis und das bringt mich dahin dass ich das dann irgendwie alles wieder ausfächern muss das war jetzt glaube ich gar nicht so geschickt ja so aber so in der art und weise würde dieses deck ausgelegt werden und ich fächere das jetzt einfach noch mal rückwärts wieder zusammen damit ich euch dann die einzelnen karten vorstellen kann tatsächlich ist es aber so dass einzelne karten zu betrachten einer tarot legung nicht die beste methode ist ich empfehle dir immer das gesamtbild einer legung zu betrachten bevor du aussagen triffst denn wenn du nach und nach die karten umdrehst dann reagierst du vielleicht falsch auf die karten und du brauchst auch den gesamteindruck um eine legung richtig zu interpretieren dennoch mache ich es diesmal anders ich habe hier als aszendent der für das auftreten nach draußen aber auch spontane reaktionen steht die fünf der schwerter gezogen und ich kann damit gleich sehr viel anfangen wenn ich an die person denke es geht hier definitiv darum eine sehr schöne darstellung übrigens finde ich wenn ich mir diese karte betrachte fünf der schwerter dass es probleme macht nach draußen auf aufzutreten hier habe ich die das gefühl da ist eine helle seite der macht und eine dunkle seite eine schattenseite und diese schattenseite stärker zu integrieren in diese sonnige seite könnte hier durchaus ein problem bei der person darstellen position zwei die für die sonne steht da habe ich die vier der stäbe gezogen ja die sagt mir dass dieser mensch hier an einem nicht am scheideweg steht aber auf einem plateau steht was seinen energiehaushalt betrifft die das ist ein mann ich habe mich jetzt ein bisschen hier verraten und dass er durchaus überlegen muss wie er jetzt weiter nach draußen in die welt auch geht wir haben zweimal das thema für mich nach draußen in die welt gehen wer in welcher form tue ich das auf beiden karten fällt mir sofort auf dass wir hier jedes mal zwei personen abgebildet haben die vielleicht in einer weise integriert werden müssen die sonne das ist ja unser vitales system das ist unser wesenskern und da scheint es ich sehe hier ein haus draus drauf am thema lockdown sehr stark darum zu gehen vielleicht wieder mehr freiheit zu haben ich finde überhaupt dass das mir sofort das thema vitalität ins auge springt wenn ich diese beiden karten sehe die sonne hell scheint eigentlich alles gut zu sein vom wesenskern her aber das nach draußen gehen das ist hier definitiv ein problem mit maske und ja da würde ich sagen geht es vor allem darum hier jetzt erstmal herauszufinden was ist mein nächster schritt was ist mein nächster schritt um mehr mich selbst zu leben sonne und wie kann ich das ausdrücken ja die dritte karte die steht für den planeten merkur für meine kommunikation dafür wie ich auf andere menschen zugehe wie ich denke welche haltung ich habe und da habe ich den eremiten gezogen und wieder das ist ein bisschen spooky hier finde ich fast habe ich dieses bild von isolation also das bild der sonne das haus das feiern mit lampions das hier dargestellt wird wird total abgeschwächt dadurch dass ich wieder jemanden jetzt auf einer säule sitzen habe es gab ja früher die säulenheiligen ihre mieten die sich auch gerne mal auf eine säule gestellt haben um dort ja vor versucht haben mystische erlebnisse zu haben aber es ist durch ein bild der isolation und ich würde sagen hier ist jemand der das was er ausdrücken möchte wir sehen ja ferne reisen wir sind eine weltkugel schiffe vielleicht nicht so richtig ausdrücken kann wie er sich das wünscht da fehlt wirklich eine eine angemessene form um sich anderen menschen mitzuteilen vielleicht das ist auch ein thema des eremiten weil man auch so sehr stark mit seinen eigenen themen beschäftigt ist nicht genau weiß wie man überhaupt denkt und fühlt zu einem bestimmten thema und der eremit der kann auch immer auf ja einsamkeit und so eine melancholische sinnsuche hinweisen das erkenne ich auch sehr stark in dieser karte gut dann haben wir als nächstes den mond ja und der mond der ist eigentlich wunderschön hier passt auch wieder zur sonne also die die vitalen herzstücke der astrologie sonne und mond sind eigentlich gut und hell bestückt hier in dieser legung der mond der steht ja für unsere bedürfnisse was wir brauchen um ja glücklich und zufrieden zu sein und diese person hier die braucht auf jeden fall gerade freiheit das sieht man sehr deutlich das bedürfnis von dieser säule des eremiten abgeholt zu werden und wieder frei sein zu dürfen ist hier sehr sehr stark und und ja ist gerade für uns alle ein problem diese säule diese freiheit zu leben und das ist aber hier ein grundbedürfnis das ausgelebt werden möchte als nächste karte haben wir dann den jupiter der jupiter der steht für sinnfindung für unsere ideale daran was wir glauben unsere ethik vielleicht auch da habe ich die sieben der stäpe gezogen also wieder ein bild von ich will frei sein ich will nicht länger eingesperrt sein und ich glaube fest daran dass mir das auch zusteht fällt mir sofort dabei ein hallo banzerf schreibt sie dieser position auch gerechtigkeitsempfinden und ich würde sagen dass diese person hier sich wirklich gerade ungerecht behandelt fühlt und sehr unter der aktuellen situation leidet die aber schicksalsgegeben zur zeit vielleicht wirklich nicht veränderbar ist position 6 ist dann der saturn also es geht doch nicht nach der reihenfolge des sonnensystems der saturn ist das ast der scheiben und das ist für mich eine positive nachricht denn saturn steht ja für unsere strukturen für unsere verantwortung für das was wovor wir vielleicht auch angst haben und was als nächstes so dran ist um mehr dinge im leben zu materialisieren da habe ich die wunderschöne ast der scheiben gezogen und das ast der scheiben steht hier in diesem deck für mich dafür dass auch wenn hier viel von ungeduld die rede ist und von mehr dem bedürfnis nach freiheit saturn der einen harter aber guter lehrer ist und wir kommen ja am 20 märz jetzt auch in das jahr des saturns langsames wachstum der dafür sorgen wird dass dieser person auch wenn sie jetzt ungeduldig und frustriert ist etwas positives aus der ganzen sache erwachsen wird wenn sie nur weiter mit vertrauen an die sache geht und vor allem mit verantwortung und sich überlegt okay wie kann ich verantwortung übernehmen in einer zeit in der uns so viele eigenverantwortung abgenommen wird nicht im positiven sinne gemeint dass abgenommen werden und wie sie das tun kann das sagt uns die nächste position position 7 das ist der mars hier oben hingelegt werden würde ja und wie spannend wieder eine 4 und wieder das thema des hauses was wir schon bei der sonne hatten aber diesmal geht es darum die begrenzungen die wir auch in den sieben der stäbe nachvollziehen können zu akzeptieren und von zu hause aus die freiheit sich zu holen die wir jetzt nicht im außen haben können ich finde es ganz toll wie diese frau hier dieses haus quasi verinnerlicht und es zu ihrem eigenen macht das ist übrigens eine lösung die ich persönlich auch für mich gefunden habe in dem wir jetzt gesagt haben wir investieren noch mal ordentlich darin unser haus unsere wohnung schöner zu gestalten damit wir irgendwie ein bisschen mehr lebensqualität haben in der zeit in der wir einfach begrenzt sind mit dem nach draußen gehen und so nehme ich das hier auch war also das herauszuholen an dem häuslichen da sein was wir halt herausholen können und ja mit den begrenzungen klar zu kommen ohne aggressiv zu sein dieses deck gemahnt hier schon diese auslage gemahnt hier schon sehr zur ruhe und gelassenheit muss ich ganz ehrlich sagen ja damit bin ich auch schon bei position 8 angelangt position 8 die steht für uranus die höhere oktave von merkur deswegen sie hier im deck auch für über den eremiten angebracht der für merkur steht und passend sehr passend weil sie dieses die auslage ist wirklich toll die muss ich mir gleich noch mal aufschreiben habe ich den narren gezogen und der nahe der wird in tarot gerne mit uranus sowieso in verbindung gebracht und gleichzeitig ist es glaube ich das erste nein der eremit war auch ein großes akkanum der nahe sagt dass in diesem prozess des sich eingesperrt fühlens und dass der verzweiflung auch die ich schon wahrnehmen und der einsamkeit eine neue qualität erwacht die hier wenn wir uns dieses bild betrachten doch sehr stark auch mit dem saturnischen kräften von ass der scheiben in verbindung steht es geht um wachstum um etwas neues entstehen lassen dazu fällt mir ein das ist natürlich dann auch interessant bei dieser legung die astrologischen bezüge des der jetzt zeit jetzt gerade befinden wir uns zwischen einem in einem spannungs aspekt gesellschaftlich gesehen von dem planeten saturn und uranus die bilden ein quadrat und und die beiden auch wenn sie gerade ja sehr in divergenz stehen gesellschaftlich gesehen bringen wachstum hervor und das ist eine hoffnung die jetzt nicht nur für diese person aus meiner sicht da ist sondern für alle personen für mich auch dass das was jetzt gerade passiert letztendlich auch ein wachstum zur folge haben wird was uns in irgendeiner weise glücklicher werden lassen kann ja uranus und nach uranus ich bin da nicht so ganz firm kommt position neun position neun ist der planet venus und ich habe gar nicht gesagt wofür uranus steht also uranus steht für unsere die neuen wege die wir einschlagen wollen vielleicht für das was wir geistig kreativ entwickeln können um nach draußen jetzt zu gehen oder welches thema ihr auch immer behandelt zu leben und es steht auch dafür wo wir halt unser freiheitsbedürfnis besonders stark ausleben wollen und venus die nächste karte jetzt die steht für unsere lebensfreude die art und weise wie wir genießen im leben ja und da sehen wir hier ganz stark das bedürfnis mit anderen menschen zusammen zu sein wieder in verbindung zu gehen eben nicht mehr iremitisch vor uns hin zu leben und ja da muss man halt schauen wie man das hinbekommt ich weiß zufällig dass diese person an die ich jetzt gerade denke in der kommenden woche wieder mehr unter menschen kommt als es ihr bisher gelungen war und gleichzeitig sagt diese karte es gilt auch darum die wahren freunde zu erkennen also nicht nur irgendwelche zufalls bekanntschaften sondern menschen die auch längerfristig eine große bedeutung haben mit denen möchte sich oder sollte sich diese person vereinigen ja position 10 ist dann neptun der für unsere träume visionen und sehnsüchte steht und auch da habe ich eine wunderschöne bunte karte gezogen die 10 der stäbe allerdings die ja doch auch von energetischer überbelastung sprechen kann hier in diesem fall dargestellt eine frau die durch blumen erdrückt wird quasi auch sehr hübsch also eine überwucherung dieses natürlichen prozesses den wir auf dem der uranus karte und auf der saturn karte sehen ich würde das jetzt so übersetzen dass die die veränderungen die stattfinden die wachstumsprozesse die eingeleitet werden diese person zum jetzigen zeitpunkt stark überfordern und die all die sehnsüchte die er hat hat nicht gelebt werden können und die ihn quasi erdrücken und er aufgefordert ist hier sich eine einzige blume zu pflücken und mit der dann nach vorne zu gehen und und ja in irgendeiner weise einen einen sehnsuchts punkt zu leben und träume besser zu stärken ja und die letzte position die ich habe das ist pluto und für pluto der für transformative prozesse steht habe ich die zwei der schwerter gezogen auch wieder ein schönes bild von fruchtbarkeit die quasi daraus erwächst dass man zur ruhe kommt den kopf das kopf kino abstellt die sehnsüchte zurückstellt und sich entspannt ja was würde ich jetzt dieser person raten diese person die kämpft sehr stark damit ihre innere unruhe ihren gerechtigkeits in ihren freiheitsdrang nicht ausleben zu können und so schwer es für diese person ist sie muss sich damit arrangieren dass das auch so schnell nicht passiert dass sie nicht so schnell nach draußen gehen kann wie sie sich das wünscht jedenfalls nicht in dem maße wie sie sich das wünscht und sie sollte es als gute gelegenheit sehen nochmal sich klar zu rücken was denn gerade wächst im leben nicht nur auf das den fokus legen was gerade besonders schwierig ist für diese person scheint mir das thema einsamkeit ein großes thema zu sein und daraus erwachsen und auch das thema seiten an sich selbst zu entdecken schatten seiten an sich selbst zu entdecken die ihm vielleicht noch nicht bewusst waren und die jetzt stärker nach vorne kommen und da es zu schaffen diese dunklen seiten zu integrieren und zu leben das scheint mir ein wichtiges thema hier zu sein ich könnte jetzt noch stundenlang über diese legung reden weil sie ist wirklich sehr spannend und ich finde auch die bilder von der katrin weltstein total ansprechend ich habe noch nie eine richtige legung mit diesen karten gemacht also gefällt mir wirklich wirklich gut und ich hoffe ich konnte dir da draußen einen kleinen taster geben wie diese legung funktioniert ich finde sie echt sehr spannend und immer mal wieder lohnenswert um sich selbst zu beleuchten aber wie du siehst auch um andere menschen zu beleuchten und jetzt rein von der farbgebung her würde ich mal sagen okay schau dir an was gerade auf deinem aszendenten los ist ich werde nachher gleich mal ins horoskop gucken und ich würde auch nach dem eremiten also nach dem saturn nein es war der merkur gucken was ist gerade mit merkur los und was ist gerade mit uranus los denn diese beiden karten sind große arcana die scheinen das wesentliche thema jetzt erst mal zu sein und wenn du mehr astrologie kannst dann kannst du da ganz tolle vergleiche ziehen ja das war es für heute mit der serie das klassische legesystem ich wünsche dir noch ganz viel spaß bei unseren vielen anderen videos die immer mehr werden und ich freue mich sehr wenn du unseren kanal abonnierst die glocke läutet und vor allem auch anderen menschen von uns erzählst dir noch einen wunderschönen tag oder eine wunderschöne nacht was immer du gerade machst und vielleicht bis auf bald